Servus Geise! Die Uhr schlägt 12 und du feierst heute ein einjähriges Streamer-Jubiläum. Wahnsinn! Dank Nemesis haben wir uns ja vor einem halben Jahr kennengelernt. Mit unter anderem bist du einer meiner Kunden, warum ich mit Pokémon-Stream überhaupt angefangen habe, wofür ich dir natürlich sehr dankbar bin. Daher dachte ich mir, ich schneide dir mal ein kleines Video zusammen, was im Anschluss an diese kleine Ansprache folgt. Ich hoffe, es gefällt dir und ich freue mich auf jeden Fall auf deinen heutigen Geburtstag-Stream, der sogar über 12 Stunden geht. Mal schauen, ob ich die magische Ein-Jahres-Grenze auch erreiche. Ich wünsche dir nun viel Spaß mit dem Video und mögen alle Hornbohrer der Welt dich für heute verschonen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.